Guten Tag, ich bin Marco Akkuzun vom Restaurant Top Air, Stuttgart Flughafen. Wir würden heute einen Rehrücken machen, aus dem Grund, weil wir kurz vor Weihnachten haben. Es ist Winter, die kalte Jahreszeit, da passt Reh einfach hervorragend dazu. Es ist schön zart, es ist nicht zu wildig. Dazu machen wir eine Petersilienwurzel als Ergänzung zur klassischen Sellerie und Radiccio als Ergänzung zum klassischen Rotkraut. Und wie gesagt, wir werden die Petersilienwurzel als Creme zubereiten, als kleinen, krossen Chip, als Würfelchen. Also Resteverarbeitung ist mir auch ziemlich wichtig, dass wir die Abschnitte zu einer Creme, einem Püree verarbeiten und die anderen Stücke, das Kernstück, die Spitze, werden wir schmoren und abflemmen und dass es halt einfach so ein bisschen Restaroma noch hat. Den Radiccio werden wir ähnlich zubereiten wie eine Rotkraut, sehr fein geschnitten. Angesetzt mit ein bisschen Bordwein, Rotwein, ein bisschen weihnachtliche Gewürze. Kann man auch als Höllchen zubereiten und den Rehrücken, wenn man macht, kurz braten, machen eine klassische Wildschuh dazu. Wer das da klar nicht möchte, kann da selbstständig auch mit einem Wildfond arbeiten, um sich die Soße nachher besser herzustellen, dass wir die Knochen nicht brauchen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß, guten Appetit und viel Spaß im Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020